Moin Moin und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich bin euer MrBebop und dies ist Folge 14 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Weg mit dir, du kleiner Prechtachs. Ich komme da so hoch, cool. Dann kann ich ja mit Mario den Teamsprung vorführen. Die Frage ist wohin? Direkt da oben hin? Ja, warum nicht? Wäre dumm, wenn nicht. Ach ja, mit Luigi kann ich ja auch noch. Starkes Ding. Treffe ich nicht. Aber ich kann mit ihm die Heldensicht annehmen. Wenn sich was bewegt, ist derjenige weg. I see you. Oh, von hier weg lasert. Das ist ja so geschmeidig. Oh, bitte. Treff einfach. Schade. Aber Heldensicht. Aber Heldensicht. Und er startet mal seine Koopa-Roboter an. Lauf los, meine kleinen Freunde. Der wird so hops genommen gerade. Scheiß Schutz. Genervt. Das wäre gut, wenn ich mit Luigi den Teamsprung machen kann. Kann ich mich mit Koopa? Ich hoffe da oben hoch. Azt rein. Starke Nummer. Landung. Ah, reicht nicht. Egal. Stimmt, ich mag keinen Schaden. Warte mal. Dann Schuss 1, Schuss 2. Der erste trifft auf jeden Fall. Autsch. Oh, das reicht gar nicht. Schade. Gut. Ihr seid dran. Ich bin ein kieler Kieler. Woah! Ich bin ein kieler Kieler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ist ja so ganz alleine am ende andere karte kom kompetenz hier war stark gewonnen wo ist dieses augen ist da unten verstehe das ding gar nichts gebracht jetzt einmal aus dem raum laufen das mal so hey du hast da was im auge 1 2 3 4 und 5 mani 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 das ist fanny jetzt gemacht will ich nicht sowas gibt es hier noch zu holen das kind und der könig aufhören wir sind nicht wegen des kuchens hier zum glück freut sich bauser auch schon auf den kopf wenigstens einer der die sache ernst nimmt das sind viele augen 2 BAM 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 Zwei Augen auf einmal Niiiice Wichtig, ne? Machen wir mal So Könnte man machen So Und gehen Immer noch nicht weg Kann nicht mehr viel leben haben Hey! Wow! Ha! Uh, frecher Frechdachs Kriege ich die zwei auf einmal? Stabiles Ding Ich bin auch so dumm, ne? Ja, ich habe Bowser noch gar keine Sparks zugeteilt Die Filme hatte ich im Kampf auch so ein bisschen Sparks und wichtig Wichtig und richtig Wichtig 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 Ich habe auch meine Koopas Ich habe noch meine Koopas Ich habe noch meine Koopas Wichtig 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 Wie ist das jetzt? Wie ist das? Wichtig Wichtig Jede Wichtig aber ich will mit dem bisschen weiter nach vorne ich kann werfen musste ich gar nicht zehn von 18 haben wir schon acht stück ich kann keine raserei machen ja 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 Das war's für heute. so meine freunde jetzt geht es hier ab ich muss den so spielen oh nein ich glaube browser stirbt in der nächsten runde ja das war's für browser egal wir haben nur noch ein auge ja mann richtig so ich muss auf jeden fall jetzt schauen wie lebensbote aussehen browser ja es in ordnung weil er muss weg stimmt ich muss den sparks zu teilen was habe ich da noch so frei was kann der denn oh ja auf jeden fall nehm ich auch mal mit so rebeller braucht auch noch ein spark die hat gar keine ja die bringen auch nicht viel ja gut lassen wir das erstmal so den packen wir noch gehen wir den beach so haben wir alle keine fertig jetzt punkt das check ich bin egal aber ich bin ja noch aufwerten definitiv schmeckt sehr stark richtig die bekommt ihn auch auf vier und sich das den möchte ich auf jeden Fall der besserer an der erste schon hier ist dann den A-G-T-O-R-E-T okay okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reicht So, ich stehe hier Brücke ist nicht heil, nein ist sie nicht Verstehe, verstehe Nein, kleinen Toads Jetzt ist es wieder was angeln, mache ich Auf geht's Meine kleine Fisch Nimm doch Schmeiß ihn rein Nimm Ich schaffte Ähm, ja, schmeiß rein am besten Tschüssi Er hat ihn wieder weggeschmissen Zählt er noch? Geil, Kiste erobert So, was kann der denn hier? Er kann nichts Oh, da haben wir ihn Richtig Sesam öffne dich Er ist, ich bin okay Nichts drin. Das Übel vom Segen. Das Übel vom Segen. Er ist ein Bereich, das kriegen wir hin. Was haben wir jetzt alles Schönes? Wünschtus. Waffenbanzi. Den nehmen wir mal. Oh mein Gott. Oh ja! Helmensicht. Schuss. Ich komm nicht an. Komm nicht an. Oh ja! 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 So. Heilung, wichtig. Ist wahrscheinlich schon glatt. Das kann nicht angehen. ja schon mal den müssen uns nicht mehr kümmern ja komm her nee das bin ich gut stimmt sie kann auch nur schießen tschüss so geht das überhaupt das ziel das ist gar nicht gerade im blick ach da das ist gar nicht Oh, okay. Oh, Perfekt. aber ich bleibe überhaupt nicht bleibe ich nicht was könnte browser noch anstellen nichts also nehmen wir den hier ich bleibe hier sicher ist sicher es ist es Let's-a-goo! All right! Oh, yeah! Was wollen die Oshis denn jetzt hier? Oh mein Gott! Ich habe eine richtig schwere Geschütze jetzt auf! Mann, Mann, Mann! Nützt denen aber auch nichts, weil... Theoretisch... ...habe ich jetzt gewonnen. Team Sprung... Rein in die Olga, zack, gewonnen. Und damit ist das Ende dieser Folge erreicht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Würde mich sehr freuen. Besucht mich gerne auch mal auf Twitch, da bin ich regelmäßig live. Da entstehen diese Videos hier. Auf Instagram bin ich auch aktiv. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen, wenn ihr mögt. Da werdet ihr über alle Neuigkeiten informiert, was ich so spielen werde. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020